Hallo, mein Name ist Bruno, ich bin Brasilianer und ich mache das Video auf Deutsch. Ich habe das fantastische Mercedes-Benz Museum in Stuttgart besucht, ein sehr moderner Aufzug. Pferdepotten Der erste Motor der Welt Fred Faulsteins Auto Spott Flugzeug mit einem Pferdemotor Simplex ist das alteste Arbeitsmodell Bestellt für neu gebaute Autobahnen 126 km pro Stunde Eine schöne Mercedes Eine weitere cooler Mercedes Stuttgarter Transit Eine schöne Rennwagen Lastwagen Der vor dem ersten Krieg gebaut wurde Ein Rennwagen von 1928 Er raste durch die Alpen Das ist Coelas Auto Diese Roadster ist sehr schön 1934 erstellt Die ersten Limousinen Der Verkehr ist jetzt leckt Cabrio Cabrio und sehr grün Modell 300 Sinobeo James Bond Auto Coupé von 1954 Mercedes Concept Auto Mercedes Elektro Auto Mercedes Elektro Auto Ionenbetriebener Akku Die Formel 1 Autos Alles sehr schön Meine Seite im Museum ist vorbei Ich hoffe euch hat das Video gefallen Tschüss Auf Wiedersehen Auf Wiedersehen